Ist das da unten jetzt? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ist es bestimmt da unten. Ich laufe da mal hin. Ich finde es auch toll, dass Geralt so schnell läuft. Ja, sehr schön. Machst du gut. Darfst du gerne weitermachen. Ja, selber Curses. Ähm, 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 hier. Da, Gasthaus-Tür. Da wäre auch eine Anschlagtafel gewesen. Sehr schön. Soltan! Und Staffs. Und Staffs. Wer killed ihm? Schoyetel. Nô, folk will call him a good man. Sane how he helped old ladies. I sense a pogrom approaching. The damn s**t's threw up a list of enemies. And they've begun eliminating them without regard for the consequences. Why Coleman? Anger? Revenge? Ich bin froh, dass sie in der Stadt gearbeitet haben. Ich bin froh, dass sie in der Stadt gearbeitet haben. Sie fühlt sich stark an, dass sie mit ihnen gewohnt. Ich verstehe, dass sie ein Fisch-Tecke sind. Das ist günstiger als jemand anderes. Und ihr wisst, wie es ist. Ich bin froh, dass sie in der Stadt gearbeitet haben. Sie fühlen sich stark an, dass sie sich in der Stadt gearbeitet haben. Sie fühlen sich mit ihnen zu tun. Ich verstehe Harren Brog. Was für ein Schmerz. Fragmenting Tip. Er ist ein Schmerz. 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 Hauker. Er ist ein Schmerz. Er ist nicht gegen die Soldaten. Die Tipps auf die Schmerz. Sie sind auf der Schmerz. Er ist zu schmerzen. Für die Schmerz. Das ist ein Schmerz. Ich weiß, wo die Weaponsen die Kohlmann kam. Ich muss sich nicht zu schmerzen. Er ist ein Schmerz. Er ist neutral. Er ist nicht zu involviert. Er ist ein Schmerz. Aber er ist ein Schmerz. Er ist ein Schmerz. Er ist nicht zu rennen. Er ist zu weg, wo die Schmerz. Er ist der Schmerz durch den Fragmentar. One word, and before you count to three, you'll be facing a dozen hardened assassins. You'll be dead before you count to three. Well, the cub growls, but does it bite? I could use someone for wet work. Mm-hmm. I'll think about it. Relax. A rhetorical question. I know how you handled the Pravost and the Mishlat brothers' crew. I'll answer your questions. As a token of goodwill. What do you do? I'm the king of the underworld wolf. Horrors, thieves, murderers. They all answer to me. Come and see me when you need work. Okay, and how's it going? How's things? Old whores have wings. Beat it, witcher. Okay, tschüss. Ähm, wer ist das? Munro Barda. Wart me sleep. Nein. Fettfried. Fettfried. Das ist, nein, ich will, ich will keinen Kellner. Who wants to get slapped? Ich will Kellnerin. Also ich will jetzt nicht die Kellnerin, sondern ich will eigentlich nur aus der Ecke da drüben raus. Schurke, Reisender, Schankwirt. Well, well. Swords on your back. White hair. You run away from a circus? No, still a member. But I hear they're looking for you. Sharp tongue. Good fella. What can I get you? Ah, okay. Ähm, ja, ähm, 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 hier. With Coleman dead, who will sell me Fistek? No, the Salamanders? They often carry Fistek. But you didn't hear that from me. Okay, ähm, na dann. What's with all this betting? Common folks entertainment. Two toughs fight. We wager on it. What do those now? Gold. Ja, okay. Das ist wieder Faustkampf. Okay. So loud. Das eine ist Salamander. Die ist oben bei sich hart. Okay. Schurken. Salamandras brauche ich. Also tauchen da jetzt zufälligerweise gleich welche auf? Ich brauche nämlich Fistek. Liebes Spiel. Sind da ein paar Salamandratypen hier irgendwo? Wäre nicht schlecht. Nein, das sind keine Salamandratypen. Wo sind denn jetzt Salamandratypen? Ich brauche Salamandratypen. Ich muss Fistek für, äh, Jeffro besorgen. Ich brauche Salamandratypen. Ähm, Salamandratypen. Wo sind denn Salamandratypen im Umland? Aber ich kann nicht mehr ins Umland. Kann das sein? Oder kann ich noch ins Umland? Äh, Vivaldi der Zwerg. Tor zum Deich. Friedhof von Wysima. Königliches Schloss. Händlerviertel. Lagerfeuer. Anderlingviertel. Das ist rot markiert jetzt. Warum? Keine Ahnung. Ich gehe da mal hin. Oder ist das nur rot markiert, weil ich das markiert habe? Ach nein, weil da die Quest ist. Ach ja, ich habe noch die, die Quest von Vivaldi. Natürlich, ähm. Gut. Totengräber. Ich kann auf jeden Fall nicht mehr ins Umland. Kalkstein, Vivaldi der Zwerg, Schmied. Kloake, Kloake. Tor zum Deich. Antiquar, Dorfhändler, Kaufmann, Kräuterkundler. Prinzensposten. Ach so, das, deswegen war der Vincent nicht in, 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 in. Jetzt, jetzt wird mir so einiges klar. Okay, dann gehe ich mal ganz kurz darüber. Ja, der mickige Sollte ist das nicht wert. Das ist schon sehr korrekt. So, der Flatterer, den hat auch schon jemand aufgelesen. Der ist nicht mehr hier. Überhaupt nicht mehr. Ähm. Meine Frage wäre jetzt, wo kriege ich jetzt Salamandra-Typen her? Ich weiß es nicht. Händlerviertel, kann ich auch rein? Wahrscheinlich. Ähm. Vincent's Posten. Mhm. Der ist da oben. Kann man da rein? Nein. Nicht wirklich. Mist. Okay, ich brauche irgendwo einen Platz zum Ausruhen. Ich muss schlafen. Ich kann bei Thaler schlafen, nicht wahr? Kann ich bei Thaler schlafen? Ich hoffe. Ich gehe mal ganz kurz zu Thaler. Ich frage den mal, ob ich da pennen kann. Irgendwie bei dem. Ähm. Thaler. Thaler, Thaler, Thaler. Kann ich da durchklicken? Natürlich kann ich da durchklicken. Dann laufe ich da automatisch nach drinnen. Thaler, hallo, ich wecke dich auf, damit ich schlafen kann. So will it be. Ähm. 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 Trinken? Nein, pennen. So. Ich penne bis, äh, bis zum Morgengrauen und noch viel weiter. So. Sechs Stunden. So. Ich bin gespannt. Ich möchte, ehrlich gesagt, möchte ich, ähm, einen Fortschritt verbuchen können in der heutigen Aufnahme, die auch nur noch circa zwölf Minuten gehen wird. Sag ich auch gleich dazu. Das heißt, die Folge ist dann wieder die letzte Folge der Aufnahme. Ich kann mich wieder mal überhaupt nicht ins Spiel und in die Story einfüllen. Reisender. Aha. Interessant. Ähm. Ja. Der Gärtner. Aha. Look how they grow. Mhm. I'm here about the notice. You look like a warrior. Care to kill Echinops for me? Certainly. Bring their Thorns as proof. Äh. Ich soll Thorns bringen? Aber Thorns sind Dornen und keine Wurzelstöcke. Wenn du mich fragst. Und vor allem, warum bin ich jetzt hier wieder durchgelaufen? Vor allem, wo sind die Echinopsse? Sind die hier drin oder wie? Oder wo sind die? Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Ich will auf jeden Fall da hin. Geralt läuft da selbstständig hin. Das finde ich sehr praktisch. Immer noch. Schade. So, jetzt geh ich auf jeden Fall in den Stadtkerker. Sultan! Altes Haus. Du gehst hier spazieren, ne? Schön. Ähm. Jethro ist immer noch alleine hier. Ich will aber zu Vincent. Ist Vincent da vorne? Ist das Vincent? Bist du Vincent? Nein. Bist du Vincent? Nein. Das war... Ah, Vincent. Da ist Vincent. Wunderschön. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ich war mir immer noch ein bisschen mehr, aber es ist immer noch ein paar Bandits weniger. Das ist die letzte Zeit, du benutzt mich. Ich bin kein General Avenger. Ich habe keine Wahl. Ich habe keine Wahl. Believe mich. Es wird wieder passieren. Du hast meine Wunderschön. Ich glaube, du planst weitergehen. Ich habe die Investition. Ich habe keine Wahl. Ich kann nicht helfen, officially. But I'll leave you to it. Anything you learn, I'd be glad to hear. Okay. Ähm, 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 hier. I killed the Arcaspoor in the swamp. I have proof. What the hell is this? Huh. The hideous things that roam this earth. That's 400 Oran's reward. Sehr gut. Ähm, hier. I wanted to talk to you about Salamandra. Okay. Someone informed them about my Cockatrice contract. What are you suggesting? Der Professor. The Professor. After you released him. I got no time. End of conversation. You let the Professor out of prison. His bail was paid. That's the law. Mm-hmm. I get it. Observe the law at all costs. What do you do, knights? Meet your boss, Azar Javed? Nothing unnatural about spending knights in the trade quarter. Okay. Where do you get gold for that? Don't always need coin to get by. Wealthy friends. I've got no real proof, so I'll have to wait to decide. Sounds like your mountain has turned into a molehill. That's what happens when amateurs try their hand at serious work. If you stumble upon any real leads, come by. I'll give you some useful advice. I don't understand why we now have to deal with any real leads. Something must be done. I don't know why we do this. Why do we do this? Why do we do this? Why do we do this to people who we don't know? Und beschuldigen die, irgendwie irgendwas gemacht zu haben. Und die sagen dann drei Worte und wir dagegen uns. Warum machen wir das? Warum können wir das tun? Was ist das für ein sinnloses Feature? So, und wo gehe ich vor allem hin? Ähm, ja. Der Bewahrer. Ja. Ja, die Salamander. Aber wo finde ich die jetzt? Quest of Karte verfolgen. Andering viertel. Ach so. Die Salamander sind im Anderingviertel. Na gut, dann gehe ich zu den Salamandern. Stirb, Priester. Ich habe dich schon getötet. Warum lebst du noch? So, gibt es hier Salamander? Was ist das? Elfin. Na gut, okay. Dann gehe ich zu Vivaldi's Haus. Ist mir egal. So, Speijon. Äh, kann ich hier den Brief schon holen? Ist der Brief fertig? Ja, mit seinem Brief verbat. Äh, hier. Hast du deine Antwort zu Javen? Ja, hier ist es. Der Elf wird sicherlich dich retten. Ich hoffe, du bist richtig. Na gut, der mit seinem Raver-Bar hat uns jetzt einen Brief gegeben. Das ist wunderschön. Jetzt können wir wieder Botengänge spielen und so weiter. Ähm, ich gehe mal da nach hinten. Ob da hinten vielleicht möglicherweise Salamander sind. Jetzt haben sie was aufgebaut. Das ist wunderschön. Ich kann mir gar nicht vorstellen, äh, etwas Schöneres zu finden. Da gibt es aber nichts mehr. Ah, mein Auge juckt. Also, kitzelt. Meine Haare kitzeln mich. Es ist sehr angenehm. Oder auch nicht. Was ist das denn? Schmied. Schön. Hallo, Schmied. Äh, Händler? Schmied. Händler. Hallo. Was wollt ihr denn haben? Schön. Ah, schön. Danke. Ja, Zoltan. Hat für uns natürlich. Es ist trotzdem noch viel zu teuer, Alter. Könnte man ein Hexerschwert verkaufen. Um 40 Gold. Na klar. Sonst noch was? Ähm, ja. Ein Schwertschmieden wird wahrscheinlich nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt günstiger sein. Nein, nicht der Schmiede. Aber wenigstens sagt er nichts. Das ist gut. Das ist gut. So, ähm, hier steht wieder eine, eine leichte Dame rum. Ach was? Ähm, was waren das für Geräusche? Ich habe keine Ahnung. Solche Geräusche habe ich generell noch nie gehört. Ähm, das ist eine Anschlagtafel. Ich brauche keine Anschlagtafel. Ähm, was ich beda... Ähm, was ihr wollt? Ja, er handelt wahrscheinlich. Ähm, so. Hier. Weg damit. So. Weg damit. Händler will ihn nicht... Händler will ihn nicht haben. Na dann. Ähm, weg damit. Habe ich schon gelesen, oder? Habe ich schon gelesen. Gut. Weg damit. Okay. Na dann. Äh, haben wir wieder ein bisschen verkauft. Sind bei knapp 2000. Ist auch noch wunderschön. Ja, die Elfen sind am schlimmsten. Das stimmt schon. Also, definitiv. Ja, ja. Die sind alle, die sind alle die gleichen und alle dieselben. Und, äh, keiner ist individuell. Und, äh, ist so. Ist überall so. Lagerfeuer. Das ist das einzige Lagerfeuer in dieser ganzen verdammten Stadt? Halt die Klappe. Alter, dieser... Oh. Dieser Junge. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Meine Faust in deinem Bauch. Nein, er läuft wieder nach. Ja, sie hat Schmerzen. Das ist wunderbar. So. Das ist Grams. Das ist wunderschön. Das Lerchen gibt es ja auch ein paar Mal. Ja, ich muss auch sparen. So. Ähm. Nein, Alter. Wie kann man so nervige Charaktere einbauen? So, ich hoffe, das Lagerfeuer ist an. Nö, ist es nicht. Okay, das heißt, ich muss ein paar Leute, ähm. Ich kann keine Zeichen wirken. Ehrlich jetzt. Gut, das heißt, ich werde ins Gasthaus einkehren. So, ja, da gehe ich rein. Wunderschön. Ähm. Schöner Büffelkopf. Schön. Ähm. Das bedeutet, ich werde jetzt hier einkehren und mal schauen, ob ich hier pennen kann. Vorher werde ich allerdings erfinden. Ähm. Denn mit dem Schankwirt sprechen, schauen. Wahrscheinlich kann ich dir nur ein Zimmer mieten, ne? Verdammt. Ähm, 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 Zimmer frei. 5 Ohrens. Ja, okay, 5 Ohrens, das geht. Voll das schöne Zimmer. Einfach ein Teppich hier im Eingangsbereich. Wunderschön. Okay, dann würde ich sagen, ich meditiere bis 11 Stunden. Dann werde ich nochmal speichern und dann ist die Aufnahme zu Ende. Was es nicht alles gibt. Die Stunde ist jetzt wieder schnell vorbeigekommen. Gekommen vor allem. Ähm, vorbeigegangen. Vorbeigegangen ist sie natürlich. Ähm, so. Das heißt, ich werde das Spiel noch einmal fachgerecht speichern. Ich bedanke mich bei euch sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Und, ähm, ja. Lasst es euch gut gehen und ciao.